Stell dir vor, du bist Mitte 50, alleinerziehende Mutter irgendwo in den Südstaaten. Du liebst deinen Sohn und er liebt dich, zumindest glaubst du das. Dein Ex-Mann hat dich verlassen für eine Jüngere und hat nicht unbedingt ein gutes Verhältnis zur Gewalt. Und du hast Probleme mit der örtlichen Polizei, weil diese den Mord deiner geliebten Tochter von vor ca. einem Jahr nicht aufklären kann, bei der sie irgendwo, nirgendwo, an irgendeiner Straße, mitten in der Nacht, vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Hallo und herzlich willkommen zur Filmkritik von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, hier beim Tele-Stammtisch. Mit einer Laufzeit von 115 Minuten bringt uns Regisseur Martin McDonagh am 25. Januar diesen Jahres einen Film in die Kinos, der nicht nur wahnsinnig gut besetzt ist, sondern auch jede Menge Auszeichnungen und Nominierungen für die Oscars bekommen hat. In der Hauptrolle sehen wir hier Frances McDormand, die die Mildred Hayes spielt. Mildred Hayes ist eben diese alleinerziehende Mutter da in den Südstaaten, die einen Job in einem Souvenirladen hat, sich ein bisschen durchboxt und die Schnauze voll hat, dass seit ca. einem Jahr absolut kein Fortschritt im Fall ihrer Tochter zu verzeichnen ist. Sie ist super enttäuscht, hat sonst auch nicht mehr viel im Leben, bis auf ihren Sohn, mit dem sie zusammenlebt. Natürlich gibt es da Reibereien, weil sie selbst einfach so ein bisschen, ja, einfach down ist, ist klar. Ihre Tochter ist tot, junge Tochter, mit der sie auch, ja, im Streit auseinandergegangen ist. Und nun ist halt der Moment, wo sie, ja, verzweifelt und einen Schuldigen für diesen Mord sucht, denn ein Täter ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gefunden. Ja, Mildred ist einfach eine geile Sau. Die steht ihrem Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sie muss sich seit mindestens einem Jahr alleine durchboxen. Hat definitiv die Hosen an und legt sich auch mit allem und jedem an. Sie nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Sie ist auch bereit, auf die Kacke zu hauen. Man sieht im Trailer, dass sie auch Molotow-Cocktails wirft. Ihr Respekt vor Obrigkeiten, im speziellen Ziel vom Sheriff, ist auch so marginal, dass sie halt im direkten rhetorischen Gespräch da auf jeden Fall Vollgas gibt und kein Blatt vor den Mund nimmt, auch vor dem ein oder anderen, sagen wir mal, persönlichen Einwand des Sheriffs keinen Halt macht und da auch nochmal voll drauf geht. Da will ich nicht zu viel verraten. Und dann gibt es natürlich im Umkehrschluss auch wieder den Moment, wo die menschliche Seite einfach rauskommt. Sie hat dann kurzzeitig das Problem, dass da jemand vor ihr Blut spuckt, den sie eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und natürlich ist sie dann einfach ganz ein ganz Mensch und holt Hilfe. Also sie wünscht niemandem dort den Tod. Ganz im Gegenteil, sie hat eigentlich nur ein Ziel und zwar, dass man den Tod ihrer Tochter aufklärt und den Mörder findet. Ob das im Endeffekt den Film, ob ihr das wirklich jetzt in Seelenfrieden bringen würde, zu wissen, wer der Mörder ist, einfach um da eventuell auch eine Rache zu haben oder so, das ist eigentlich auch eine Frage, die da irgendwie aufgeworfen wird, aber völlig irrelevant. Sie will eigentlich nur in irgendeiner Form Gerechtigkeit, egal wie die aussieht. Und ob sie die überhaupt finden kann, ist auch eine Frage, die in diesem Film mitschwingt. Der Chef der örtlichen Polizei, Sheriff Willoughby, wird gespielt vom fantastischen Woody Harrelson. Der ist der Chef von dem Laden, der ist auch Hauptpolizist, Hauptermittler im Fall des Todes der Tochter. Und das sind so ein bisschen die Hauptfiguren, kann man sagen. Es gibt da jede Menge tolle Dialoge. Und es ist halt dieses, dieses, das untereinander, das halt quasi den Film für mich ausmacht und da so die Würze reinbringt. Hinzu kommt Sam Rockwell, der Officer Jason Dixon spielt. Und das ist halt so ein Typ, naja, also der spielt so ein bisschen diesen Klischee-Polizisten. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Donuts isst, aber könnte sein. Und er ist so ein bisschen plump, er haut gerne mal aufs Maul, er schlägt erst zu und fragt dann nach. Und ist aber auch persönlich involviert. Er hat ja seinen Alltag bei der Polizei und hat absolut auch ein Problem damit, dass, ja, die Mildred jetzt so Stunk macht in seinem kleinen Nest, sollte alles perfekt und reibungslos laufen und wenn da jemand kommt und so rumsteckert und der kompletten Polizei die Vorwürfe macht, das ist gar nicht gut. Der gesamte Cast wird dann eben noch abgerundet durch jede Menge weitere Schauspieler. Unter anderem ist dabei Peter Dinklage, den wir natürlich eben aus Game of Thrones kennen, der auch einfach eine coole Rolle hat. Natürlich muss er in den Südstaaten gelegentlich damit zu kämpfen, hat er damit zu kämpfen, dass er eben hier der Kleinwüchsig ist und dass da mal ein blöder Spruch kommt. Aber ja, es gibt bei ihm auch die ein oder andere emotionale Szene im Zusammenhang mit Mildred, das ist wirklich toll. Dann gibt es noch die Abby Cornish. Abby Cornish spielt hier die Anne. Anne ist die Ehefrau vom Sheriff und ist vielleicht, wenn man den kompletten Stab, die komplette Besetzung ansieht, jetzt vielleicht das schwächste Glied. Was nicht bedeutet, dass sie schlecht ist, aber es ist einfach so, dass es irgendwie, ja, ich weiß nicht, sie trägt als keine so riesengroße tragende Rolle. Und ich kaufe ihr jetzt auch nicht immer alles so ganz ab, was sie da sozusagen uns zu erzählen hat, was jetzt immer noch eine ganz tolle schauspielerische Leistung ist, aber im Endeffekt ist sie einfach im Stab das schwächste. Und dann haben wir natürlich noch John Hawks. John Hawks spielt hier den Ex-Mann und der Typ schafft es auf jeden Fall konsequent Antipathien aufzubauen. Es gibt jede Menge weitere Schauspieler. Ich glaube, ich habe hier jetzt niemanden weiter vergessen, der jetzt super wichtig wäre. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge Randcharaktere, Leute mit mehr und weniger Screentime. Aber das Gespann aus Woody Harrelson, Sam Rockwell und Francis McDormand, das ist halt hier das Wichtige, die bringen den Film im Wesentlichen voran. Die haben die tollen Dialoge, die für mich auch der Grund sind, in den Film zu gehen. Kurz zur Story. Mildred Hayes hat absolut kein Verständnis für das schleppende Vorangehen bei der Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter. Sie nimmt alles Geld, was sie finden kann, in die Hand und verkauft zum Beispiel eben auch den alten Truck ihres Ex-Manns. Nein, Quatsch, das war der Traktor, glaube ich. Und mit dem Geld geht sie zu einer Werbeagentur in der Stadt und mietet sich die Nutzungsrechte für drei Werbeplakate außerhalb der Stadt. An so einer Zubringerstraße nicht stark befahren. Auf diesen drei Werbeplakaten, also auf diesen Billboards, sind dann eben Vorwürfe gegenüber der örtlichen Polizei. Ja, also warum geht es nicht voran? Warum ist hier immer noch keiner festgenommen worden? Wie konnte es jetzt dazu kommen, Mr. Sheriff? Und ja, das fährt halt auf, ne? In einem Café wie Ebbing, da kriegt jeder alles mit. Die örtliche Presse ist am Start und hält die Kamera drauf und will über dieses Schicksal berichten. Ja, und das ist auch ein Schicksal, das sehr bewegend ist. Der Film versteht es hier, keine klare Gut- und Böse-Zeichnung aufzumachen. Es ist also nicht so, dass Mildred hier die gute Mutter ist, die einfach nur verzweifelt ist und hier quasi auf der, wenn man so will, guten Seite der Macht steht. Und auf der anderen Seite wäre eben die Polizei. Also eben hier der Willoughby, der, keine Ahnung, korrupt ist und da denen vielleicht was vertuschen will. Nein, so ist es wirklich nicht. Der Film schafft es hervorragend, beide Seiten zu beleuchten. Es ist sogar so, dass man teilweise sogar, vielleicht sogar Sympathien eher sogar für die Polizei hegt. Eben sowohl aus persönlichen Gründen, die ich hier nicht spoilern möchte, was die einzelnen Charaktere betrifft. Als auch eben, dass der Sheriff halt auch versucht, das Gespräch zu führen mit Mildred. Und eben auch klar machen will, dass er alle seine Möglichkeiten zur Ermittlung ausgeschöpft hat. Also da geht es halt eben jetzt gar nicht mehr so im Detail darum. Jetzt hier irgendwie so eine Kriminalflur-Story, die uns da erwartet, ist kein Krimi. Ja, das ist eben doch ein Drama. Three Billboards ist ein Drama. Und das lebt wahnsinnig von den Schauspielern, die hier eine sehr gute Arbeit leisten. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist für mich eine Entdeckung des Jahres. Ich ging in den Film rein ohne große Erwartungen und wollte mir einfach mal einen guten Film angucken. Ich hatte die Gelegenheit, mir den Farb auf Englisch eben anzuschauen und bin einfach restlos begeistert. Das ist eine meiner Entdeckungen des Jahres 2017 gewesen und ich freue mich, dass er jetzt auch in die deutschen Kinos kommt. Er hat eine Altersfreigabe ab 12 und schafft es eben auch, die beiden Seiten des Dramas hier fantastisch darzustellen. Wir haben also sehr traurige Szenen, sehr mitreißende, emotionale Szenen auf der einen Seite, die aber dann auch auf der anderen Seite immer wieder gelockert werden durch Humor, durch Spaß. An den richtigen Stellen, der ja auch, der Humor funktioniert, auch pointiert sehr gut. Das ist natürlich kein Gag-Feuerwehr. Könnt ihr euch vorstellen, ganz im Gegenteil, der Trailer verrät es schon. Es gibt da durchaus auch mal aufs Maul und das ist jetzt hier keine Komödie. Aber ja, es ist nicht so, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, seine komplette Laufzeit, die er dann ja da hat, komplett durchheulen müsste. Ganz im Gegenteil, die knapp zwei Stunden im Kino sind super unterhaltsam, was vor allem an den tollen Charakteren liegt. An der insgesamt doch auch sehr guten, also Bild war, da sind ganz tolle Bilder drin. Das ist ein Film, der auch verschiedenste Settings hat. Unter anderem sind wir hier mal im Grünen. Ja, also da ist viel Grün da, wo eben auch diese Billboards stehen, diese Werbewände. Wir haben Tag- und Nachtszenen, wir haben natürlich auch viele so in dem Städtchen spielende Szenen. Ja, also dieses komplette Südstaaten-Flair kommt mit dieser fiktiven Stadt, diese Stadt gibt es ja in der Form gar nicht, auch sehr gut an. Das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Nicht zu Unrecht gab es deshalb auch eine ganze Menge Auszeichnungen. Zuletzt waren da dabei die Golden Globes, wo er eine Auszeichnung für den besten Film bekommen hat. Das beste Drehbuch, da hat er die Auszeichnung gekriegt, genau wie auch die beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarsteller für Sam Rockwell. Wahnsinnig, also wirklich zu Recht. Die Darstellung von Frances McDormand ist wirklich, also die ist der Hammer. Ja, die Frau schafft es hier, diese Mutter da super glaubhaft darzustellen. Ähm, ich kann richtig mit ihr mitleiden, mich aber auch in richtigen Momenten freuen. Ich kann mit ihr gemeinsam Angst haben. Das ist wirklich, das ist wirklich toll. Also da muss ich sagen, ähm, da bin ich jetzt als eher so der Typ, der dann doch mal die Blockbuster sich anschaut, ähm, wirklich, also beeindruckt von. Das ist eine ganz große Leistung. Ähm, hier auch der Nebendarsteller Sam Rockwell, das ist natürlich, also was der Typ in dem Film für eine Wandlung durchmacht, ist der absolute Hammer. Ähm, er ist natürlich ein Polizist und er wird es auch vielleicht nicht unbedingt schaffen, ähm, irgendwann mal das ganze Revier zu leiten, aber das ist auch gar nicht Sinn und Zweck. Der Typ, ähm, macht vor allem eine Wandlung in der Wahrnehmung aus, ja, also ich hab mal mehr mal weniger Sympathie mit ihm und, ähm, vielmehr will ich da jetzt gar nicht verraten, warum das wie zu einzelnen Punkten kommt und was er da eigentlich macht. Aber eine ganz großartige Leistung, auch herausragend, deswegen zu Recht mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Ja, und ganz aktuell haben wir natürlich noch jede Menge Nominierungen für die Oscars 2018, auch da ist er natürlich wieder dabei, ähm, für den besten Film, auch hier bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarsteller, sogar beide Nebendarsteller, sowohl Woody Harrelson als auch Sam Rockwell sind hier nominiert für diese Kategorie, ähm, auch bei der besten Filmmusik, die teilweise wirklich, also, auch wirklich gut ist, ja, also gerade am Ende, das ist mir wirklich aufgefallen, dass es eine wirklich ganz tolle Musikauswahl gewesen ist, ähm, gut, zum Schnitt, bei dem Schnitt ist er auch nominiert, da kenne ich mich jetzt tatsächlich einfach nicht so aus, da habe ich nicht so die Expertise, aber, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, und, ähm, an dieser Stelle also wirklich ganz großes Kino, auf jeden Fall in meinen, keine Ahnung, Top 5 des letzten Jahres, oder eben dieses Jahr, das kommt ja dieses Jahr bei uns raus, äh, ist er schon ganz weit vorn mit dabei. Es gibt eine Szene im Film, die wirkt so ein bisschen komisch, also nämlich der einzige Fall, der mir aufgefallen ist, bei dem auch CGI genutzt wird, ich sage nicht genau wann und wie, aber es gibt halt eine Szene, da sieht man, äh, das ist so ein Rentier, oder so ein Hirsch, oder whatever, ja, das ist, ähm, steht direkt neben der Hauptdarstellerin, irgendwo im Grün halt, und, ähm, das ist ein bisschen schwach, das sieht irgendwie so künstlich aus, und reißt so ein bisschen, das passt so nicht optisch nicht so rein irgendwie, das ist vielleicht so, oder auch der einzige wirkliche, wenn man von Kritikpunkten großartig reden kann, eine Sache, die fällt auf, ich weiß nicht, ob es das, das hätte gebraucht, ähm, ob es nicht, ob es jetzt ein CGI-Tier sein musste, ob man da nicht vielleicht doch irgendwas mit einem Tier aus einem Zoo hätte machen können, oder meinetwegen mit einem Schmetterling, den man animiert, keine Ahnung, ist an der Stelle auch irrelevant, ich will nur sagen, dass das vielleicht nicht die beste Szene im Film gewesen ist. Ja, ne Leute, ihr wisst, ähm, ich bin ja sehr skeptisch, was Filme angeht, gucke mir echt nicht allen Scheiß an, aber ich glaube, meine Begeisterung, die wird hier deutlich, ich gebe dem Film natürlich 5 von 5 Punkten, und hoffe, dass ihr ihn euch auch mal anschauen werdet. Jo, freut mich, wenn ihr euch das bisher angehört habt, äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Facebook, Twitter, Instagram, oder eben auch, ähm, seit neuestem auf unserer Internetseite, tele-stammtisch.de, die, äh, ja, ein bisschen Feedback da lasst, könnt ihr mal gucken, ob euch das gefällt, ihr könnt das teilen, sharen, liken, ja, ich sehe, wie das funktioniert, gell, bis zum nächsten Mal, ciao. Applaus